moin moin hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und heute gibt es wieder eine runde shakes and fidget und heute gibt es den allerletzten code zu verlosen ja die schnitzeljagd war ja gestern ganz cool gewesen und kam auch bei den meisten von euch gut an auf jeden fall und heute wird es den letzten code zu bekommen geben für jeden von euch sowie beim allerersten code den wir rausgehauen haben und wie sonst auch immer wird das ganze über eine giveaway funktion stattfinden was müsst ihr dafür tun wie immer müsst ihr bei mir abonnent sein ihr müsst das video hier liken und einen kommentar unter diesem video hier verpassen verfassen und dann habt ihr die chance morgen schon direkt 1000 pilze zu gewinnen ja morgen wird der gewinner schon ausgelost um 15 uhr im video und deswegen beeilt euch seid schnell und schreibt einen kommentar hier unter und dann nehmt ihr auch schon automatisch teil an dem gewinnspiel für die letzten pilze hat jeder noch mal die gleichen chancen jeder ist gleichberechtigt und ja wie eigentlich bei den vorherigen projekten auch so größtenteils ne und deswegen ja ich bin auch ganz froh muss ich sagen dass die pilze jetzt weg sind waren ziemliches hin und her ein ziemliches drunter und drüber gewesen irgendwie ich hatte mir das ganze wesentlich gechillter vorgestellt aber naja so ist das nun mal gut auf jeden fall wer gestern nicht das ja gesehen haben sollte was man machen musste oder wie man an diese pilze pilze kommt ich hatte ja meinen bärsäcker hier auf erst 39 gezeigt auf meinem video play bärsi und ja der hatte hier eine kleine botschaft versteckt gehabt und zwar hatte wo habe ich hier geschrieben du willst der gewinner sein eventuell weiß dort auf 23 mehr als dieser hier ich habe da mir so eine wirklich so eine kleine schnitzeljagd draus gemacht und ja was muss man dafür tun man muss natürlich auf w23 gehen sucht ihr dann einfach den dort ja da ist er und der hat hier die nächste botschaft für euch du willst ein hinweis du siehst hier mein altes charakterbild von damals die anzahl der ohrringe verrät dir in welcher welt mit deutscher sprache sich der bärtige bärsi versteckt hat ja dann hatte ich noch das unter geschrieben gehabt er erzählt ihr mehr aber da habe ich dann nachdem der erste denn schon da war ich dann geschrieben es gibt schon ein gewinner ja und für die alten ogs die können sich vielleicht an das profilbild noch erinnern hier und ja die anzahl verrät auf welchen server wir müssen auf jassen vier ohrringe das heißt wir müssen auf server nummer vier und müssen suchen den bärtiger bärsi so da ist er schon und er bringt uns hier auch den nächsten hinweis so herzlichen glückwunsch du hast mich gefunden moha ich habe auch eine frau namens bärtige brienne sie erzählt mir was sie erzählt immer was von einer tausendsten folge sf eventuell verrät ihr das datum der folge mehr über die nächste welt so und ja wer die ja wer das gesehen haben sollte da musste man ein bisschen recherche betreiben bei mir auf dem kanal ist ja noch das tausendste sf video und das habe ich am 13 ersten hochgeladen und die 13 ist dann quasi die zahl für den nächsten server das heißt wir müssen auf s 13 suchen hier nach der bärtigen brienne hochwertige oder bärtige vielleicht so da ist es genau so mein mann hat dich geschickt dieser nichts nutzt kann auch nichts alleine ich habe was für dich der letzte hinweis du musst nach mexiko dort gibt es eine welt suche nach pablo pablito er handelt mit pilzen ja und dann musstet ihr zum schluss noch auf die mexikanische welt es gibt nur eine einzige mexikanische welt und die ist halt hier und ach guck mal hier hier ist schon der erstellte account also so viel so viele leute haben sich hier schon ja so viele leute haben sich jedoch nicht den account erstellt ist lustig hier sieht man ein paar die sich ganz ganz auf ganz ganz schnelle welle hier noch ein erstellt haben ja auf jeden fall ist hier der pablo ja und der schreibt hier hola como estas mein freund ja ich habe hier was für dich wenn du der erste bist der dort sehr persönlich diese begrüßung privat im discord schreibt gebe ich dir 1000 pilze viel erfolg senior so und den ersten habe ich dann auch ausgelost gehabt und oder besser gesagt die 1000 pilze zukommen lassen und ja das war quasi so die kleine aber feine schnitzeljagd gewesen ich fand es recht amüsant auf jeden fall und ja es ist denke ich mal ein bisschen mal was anderes als so stumpf die die codes in den videos raus zu hauen ja ich wollte sowas eh schon mal machen aber ich hatte immer gedacht man muss sich irgendwie die accounts irgendwie immer erst so verifizieren und da hätte ich keinen bock gehabt drauf irgendwie deswegen habe ich das denn sein lassen aber man musste die gar nicht verifizieren um die auch schon finden zu können ja wieder was dazu gelernt also das andere die auch schon finden können auf dem server so und ja da die dann nicht weggegangen sind habe mir gedacht können wir das ja für den letzten code noch machen ist vielleicht ganz cool ja kleine versteck kleines versteck kleine schnitzeljagd und ja wie gesagt morgen wird dann halt noch mal ganz entspannt der code für alle leute dann rausgehauen die dann heute an dem gewinnspiel teilnehmen ja da wünsche ich auf jeden fall vielen ja viel 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 erfolg an die leute und viel glück vor allen den gehört ja auch einiges dazu und ja dankeschön noch mal an player die mir das ermöglicht haben hier zur tausendsten folge als special zehnmal 1000 pilze raus zu hauen und das ist natürlich ganz cool und ich hatte auch gemerkt gehabt weil ein paar ich glaube einer hatte irgendwie in den kommentaren geschrieben dass der code dass irgendwie nur ein code pro account oder so irgendwie möglich ist also von wegen dass man mehrmals gewinnen kann das stimmte schon irgendwie aber wahrscheinlich hat man die dann eben auf ja kann man die eben nicht auf einen account halt eben einlösen so das wusste ich jetzt nicht genau wie das ganze funktioniert da sondern da ich jetzt auch nicht so den den einblick oder ich jetzt auch nicht nachgefragt ob die jetzt ja keine ahnung ob einer da jetzt mehrfach eingelöst werden kann oder so ich weiß nicht ob die immer kategorisiert werden die codes fall bei den youtuber code zum beispiel da ja da kann man ja auch nur einen bestimmten von jemanden zu einem bestimmten event eingeben sei es jetzt irgendwie 50 start oder jetzt wie 53 server start oder irgendein anderer youtuber code nehmen und so wird das wahrscheinlich auch mit den zehn codes gehandhabt worden sein dass man halt eben nur dementsprechend ein code pro account einlösen kann ja stelle ich mir das einfach mal vor ob es so ist das kann ich euch nicht ganz hundertprozentig verraten ja am sonntag kommt auch noch ein sehr cooles video ich hatte ja auch davon gesprochen gehabt dass es neue projekte bald auf youtube hier geben wird und oder ein neues projekt sag ich mal vielleicht auch noch ja weiß ich will mich nicht festlegen kann auch immer spontan etwas anderes sein sondern aber ein bisschen halt mal was anderes abseits von shakes und fidget und ja da kommt sonntag das erste video dazu online ich freue mich da schon sehr drauf ich bin da sehr voller vorfreude und und gespannt wie ihr das ganze findet vielleicht habt ihr da auch ein bisschen interesse für das ganze würde mich auf jeden fall sehr interessieren ist auf jeden fall recht spannend so viel kann ich schon mal sagen wer mich auf instagram verfolgen sollte der weiß ja schon worum es sich handelt worum es geht und deswegen da habe ich auf jeden fall bock drauf ein bisschen mehr davon mal zu zeigen genau deswegen bin ich umso mehr gespannt wie es auch denn bei euch ankommt weil ja so wie ich mir das hier jetzt ja auf youtube alles aufgebaut habe dass den ganzen youtube kanal ist das ja jetzt wirklich zu 99 prozent shakes und fidget bezogen und deswegen ist natürlich auch die zuschauerschaft dementsprechend wahrscheinlich auch wegen shakes und fidget da vielleicht sind auch ein paar leute wegen meiner person da und denen ist das egal was ich spiele das gibt es natürlich auch dafür bin ich natürlich auch sehr dankbar so ne aber ja viele haben mich halt eben über shakes und fidget kennengelernt und entdeckt und ja ich denke mal aber nach 1000 folgen shakes und fidget spricht nichts dagegen wenn man versucht sein content die man hier abliefert auf youtube auch ein bisschen ja auszuweiten und so immer mal hin und wieder und ja weil in sf selbst gibt es halt jetzt nicht mehr allzu viel zu berichten nicht allzu viel zu sehen wenn es mal events geben sollte klar dann hat man natürlich immer sehr sehr viel daraus zu ziehen und dann ziehe ich ja auch immer versuch auch mal das maximale darin rauszuholen aus der ganzen angelegenheit aber es ist halt auch für mich persönlich muss sie auch sagen ein bisschen erfrischend mal wieder ein bisschen was anderes zu machen außerhalb von sf videos ja in letzter zeit bin ich auch übelst auf hardstone hängen geblieben ja also das hatte ich damals 2014 hatte ich das schon gezockt gehabt und ich glaube 2015 habe ich dann nachher irgendwann aufgehört ich habe hatte glaube ich ein jahr oder so hatte ich komplett durchgezogen vielleicht auch anderthalb oder zwei noch denn nachher so halbwegs aber ein jahr auf jeden fall richtig heftig rein gegrindet da und ja da bin ich jetzt momentan auch privat wieder ein bisschen mehr am spielen vielleicht kann man das auch mal im stream oder sowas bringen youtube video stelle ich mir dazu nicht vor muss ich sagen aber im stream und so mal wenn man soweit fertig ist mit shakes und fidget dann so eine runde hardstone hinten dran da sehe ich mich auf jeden fall auch drin ist auch wieder sehr erfrischend mal ein bisschen was anderes zu zocken so wenn natürlich die zeit da ist das ist immer so das ding das ist immer das das was ja was mir am meisten kopfschmerzen bereitet die zeit die man halt eben dafür aufbringen muss oder die halt meistens eben nicht da ist um halt eben das auszuführen so gut ja bevor ich hier weitermache viel gibt es nicht mehr zu erzählen wie gesagt ich wünsche euch viel spaß und viel erfolg beim gewinnspiel morgen um 15 uhr wird der gewinner schon bekannt gegeben deswegen postet auf jeden fall schön fleißig eure kommentare rein ansonsten wünsche euch noch einen superschönen tag vielen dank fürs zuschauen haut rein und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal da Untertitelung des ZDF für funk, 2017